Und dann, ich knall dem einen vor den Latz, wenn der die Waffe zieht. Mach schneller, verdammte Scheiße! Warm, Kopfnuss. So, Junge. Geh schon mal raus. So, was zu erledigen. Ich bin mies. So, ich hab doch was zu erledigen. Tisch, Tisch, Tisch. Okay, go, go, go. Die Bullen kommen, die Bullen kommen. Na ja. Hubschrauber, komm. Ich geb Gummi. Ich verfolge die. Ich verfolge die. Ich glaub, ich fahr da so hoch. Ja, Mann. Fahr aus der Stadt raus und dann so nach oben. Ehe, ich schon. Alter. Loll. What the fuck? Ich bin gestorben. Ja, Mann. Ich bin gegen den scheiß Posten gefahren. Ich hab's gesehen. Okay. Loll. Alter, wenn's so regnet, ne? Das ist krass, gell. Kannst du gar nicht mehr fahren. Ich find's aber ziemlich cool, dass das so übernommen wurde, quasi. Ja, weil es teilweise schon ein bisschen krass ist. Maskelkader drehen halt schon mal die Reife durch, ne? Hm. Ja. Was war das? Fährst du jetzt rückwärts? Wir befallen einladen. Wir befallen einladen. Machst du das oder soll ich das machen? Wir machen's zusammen. Warte. Warte hier. Warte. Guck genau hin. Oh, du leckst grad wieder so rum. Loll. Ich weiß, der Drill, okay? Gorn down. Okay, warte. Irgendwie klappt das. Du hast deine Waffe gar nicht gezogen. Doch. Pack die Scheiße schnell ein. Los. Pack ein jetzt. Wir haben keine Zeit. Die Pette. Schneller. Hast du denn im Visier? Ich check mal die Tür. Ich hab den im Visier. Das letzte Mal stand auch irgendwie einer dahinten und hat uns dann mit der Shotgun gemacht. Wehe, du rufst die Bullen, man. Er sieht schon so verdächtig aus. Ich kann nicht mehr kurz rauslaufen. Los, los, los. Schnell weg, schnell weg. Alter, was machst du? Stehst du doch am Ding? Alter, mega lag. Schnell. Alter, was war das für ein mieses lag gerade? Jetzt bin drin, bin drin. Alter, Überfall mit Hürden. Go, 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 go. Alter, trägt jetzt auch noch so mies. Wir haben die richtige Karri gewählt für so einen Überfall, man. Voll die Gangste, Karri. Ja, die können uns nichts, Alter. Ja, einfach geradeaus. No risk, no fun. Über den Wolken. Boah, was geht hier für Kisten, Mann? Wow, lol, was hat der für ein Problem? Was hat der für ein Problem? Alter, ist schon mies. Übel geil, wie so nass die Straßen sind, gell? Ja. Boah, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Was haben wir denn gemacht, dass wir direkt drei Sterne haben? Nehmen wir uns so krumm, oder was? Ach, du hast vielleicht außerdem noch einen Bullen erschossen. Und ich bin jetzt Komplize. Ja, du, da kommst du nicht so einfach raus. Lass uns den Roller nehmen. Du musst mir helfen, sag mal an, wann ich komme. Ja, man fahr grad aus. Rechts, 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 rechts. Aber ich, ich, du siehst diese Felder gar nicht mehr, weißt du, wie ich mein? Wo die hingucken. Ja, noch sind wir ja auch voll gefahrendet. Noch wissen ja, wo wir sind. Ja, man, rechts und dann wieder links. Auf die großen. Wo an ich den Baum? Boah, es könnte aufhören zu regnen. Da kommt noch einer. Nein, doch, scheiße. Wo kommt der auf einmal her? Ah, okay, fahren wir durch den Golfplatz, oder was ist das hier? Genau. Oh ja, da, passt. Der scheiß Hubschrauber, Mann. Wie kriegen wir den wieder los? Können wir den abschießen? Oh. Das war geplant. Ja, Mann. Okay, noch einmal umdrehen. Und nochmal. Und nochmal. Diesmal vielleicht nicht mit ganz so viel Schwung über die Bracken. Guck mal, jetzt haben wir die voll getrollt. Da, darauf sind die, glaube ich, nicht vorbereitet. Okay, darauf sind wir nicht vorbereitet. Das war gut. Das ist gut aus. Gib Kette, fahr vorne und dann rechts. Rechts halten. Nein, 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 warte, 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 warte. Ja, doch rechts halten. Ja. Ja, Mann. Gib Kette, gib Kette. Und jetzt vorne wieder. Ja. Nein, fahr geradeaus, geradeaus, geradeaus. Nein, 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 nein. Okay. Gib Kette. Jetzt geradeaus. Gib ihm. Gummimann. Richtig fett Gummi. Auf der nasen Straße. Rechts. Nein. Doch, oder rechts. Ja, Mann. Läuft gut, läuft gut. Auf der falschen Spur, Boss, läuft gut. Egal. Okay, wir müssen irgendwie links. Wir müssen von der Straße runter. Oh. Oh, sieht nicht gut aus. Oh, 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 oh. Gib Kette! Ich, 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 Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ja, Mann. Alter, wir sind raus, Mann. Was für eine kranke Aktion, Mann. Warte, ich parkse von irgendwo. Ja, Mann. Übel Adrenalin. Erstmal Autoclown. Wie viel Geld haben wir jetzt gemacht? Ja, nicht viel. Zwei Millionen oder so. Hoch, Entschuldigung. Entschuldigung. Zwei Millionen, du bist mit. Alter, das sieht übel am Sack aus, die Kiste jetzt. So sieht die Kiste nach einem Banküberfall aus. Ne, nach einem Schnapsladenüberfall. Wie viel haben wir? Äh, wie sieht man das jetzt nochmal? Escape und dann Bargeld. Also ich habe 1.558 dabei. Okay, ich habe 8.000 dabei, aber ein Pissim war noch von vorhin. Okay. Nur willst du wissen, wie du das einzahlst? Ja, gute Idee. Internet? Moment. Oh, da falsche Tasse. Läuft jetzt. Ufo macht einfach noch Musik an. Finanzen und Dienste. Finanzen und Dienste, ja. Und dann Maze Bank. Ja. Hauptmenü. Einzahlung. Oh, läuft. Und dann den Betrag unten. Und dann gehst du ja aus dem Handy raus. Oh, nice. Oh, nice, ja. Oh, danke. Ah. Salut. Ciao. 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 Ciao.